2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im letzten Video hatten wir ja schon einige Fragen zum Thema Vorfahrt. Jetzt zum Ende diesen Videos geht es weiter mit der abknickenden Vorfahrtstraße. Jetzt aber erstmal noch ein paar Fragen zum Thema Tunnel. Nein, das ist einfach nur ein Zeichen, dass ein Tunnel gleichkommt und da schaltest du nicht das Warnblinklicht an, sondern wenn ein Stau entsteht, dann brauchst du das Warnblinklicht. Das haben wir ja auch in den letzten Fragen dann beantwortet. Abblendlicht einschalten. Genau, du brauchst das Abblendlicht, wenn du eingeschränkte Sichtverhältnisse hast im Tunnel durch die Dunkelheit. Sonnenbrille abnehmen. Und du sollst die Sonnenbrille abnehmen, damit deine Augen sich mit der Dunkelheit vertraut machen können. Sie fahren in einen so gekennzeichneten, hell erleuchteten Tunnel. Wie verhalten sie sich? Ich fahre mit Tagfahrlicht. Ich fahre mit Abblendlicht. Ich fahre ohne Licht. Okay, also immer Abblendlicht, wenn du eingeschränkte Sicht hast. Hier musst du aufpassen, also häufiges Gehen und schwere Augenlider sind ja hoffentlich klar. Die Reaktionszeit verkürzt sich nicht, sie verlängert sich, wenn du müde bist. Also das kreuzen wir nicht an. Welche Folgen kann die Missachtung von Müdigkeitsanzeichen nach sich ziehen? Fahrfehler. Konzentrationsmangel. Sekundenschlaf. Genau, das ist alles richtig. Was ist zu tun, wenn sie während der Fahrt Anzeichen von Müdigkeit spüren? Anregende Musik hören. Unverzüglich eine Pause einlegen. Sich in frischer Luft bewegen. Also Sauerstoff ist immer gut und eine Pause einlegen sowieso. Die letzten beiden Antworten sind richtig. Wie wirkt sich Müdigkeit beim Fahren aus? Nachlassende Aufmerksamkeit. Genau, die Aufmerksamkeit lässt nach. Eingeschränkte Wahrnehmung. Das ist auch richtig. Verzögerte Reaktion. Jetzt haben wir eine verzögerte Reaktion. Und davor hatten wir eine verkürzte. Und verzögert bedeutet, dass die Reaktionszeit oder die Reaktion schlechter wird. Das ist richtig. Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhilfe die Fahrbahn überqueren? Dass sie auf der Fahrbahn umkehren? Ja, damit musst du rechnen. Das ist mir auch schon passiert. Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben? Ja. Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren? Alle drei Antworten sind hier richtig. Trotz vorhandenen Gehweges auf der rechten Straßenseite fährt eine Person im Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten Sie sich? Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann. Ja klar, warum nicht? Ich mache die Person durch Hupen darauf aufmerksam, dass sie sich falsch verhält. Das tun wir nicht. Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss. Ja, das ist auch richtig. Ich würde sagen, eins und drei sind auf jeden Fall richtig. Genau, kommt halt auf die Situation drauf an. Aber die Person anzuhupen, das bringt natürlich gar nichts. Eine Person im Rollstuhl schafft es nach dem Überqueren der Straße nicht, mit dem Rollstuhl den Bordstein zu überwinden, um den Gehweg zu erreichen. Wie verhalten Sie sich? Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl. Genau, das ist in der Theorie hier auch richtig. Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein. Ich hupe und fahre um die Person herum. Nein, wir kreuzen das Zweite auch noch mit an. Genau, du hältst an, schaltest die Warnblinklichtanlage an, gehst raus und hilfst der Person. Das möchten sie in der Theorie von dir. Für wen besteht ein Alkoholverbot beim Führen von Kraftfahrzeugen? Da hat mir auch letztens jemand von euch einen Screenshot per Instagram geschickt. Natürlich nicht für alle Kraftfahrer. Wenn du außerhalb der Probezeit bist und älter als 21, dann ist es in Ordnung, wenn du ein bisschen Alkohol im Blut hast. Aber hier ist die Rede von... Für wen besteht ein Alkoholverbot beim Führen von Kraftfahrzeugen? Also wer darf kein Alkohol trinken, wenn er ein Kraftfahrzeug führen möchte? Und das sind... Für alle Kraftfahrer unter 21 Jahren. Genau, Leute unter 21. Und wenn du den Führerschein, sagen wir mal, mit 25 gemacht hast, dann auch nicht, denn du bist noch in der Probezeit. Für alle Kraftfahrer in der Probezeit. Okay, also du musst älter als 21 sein und außerhalb der Probezeit. Dürfen Kraftfahrer beim Führen von Kraftfahrzeugen während der Probezeit unter der Wirkung alkoholischer Getränke stehen? So, haben wir gerade gesagt, in der Probezeit... Nein, in keinem Fall. Auf keinen Fall. Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen? Das siehst du hier auf dieser Markierung. Das ist eine gelbe Scherpe mit drei schwarzen Punkten. Dem Mann. Wie verhalten Sie sich? Blickkontakt aufnehmen. Anhalten. Den Mann die Straße überqueren lassen. Also, wir halten an und lassen dem Mann die Straße überqueren. Wodurch kann eine gefährliche Situation entstehen? Durch liegen gebliebene Fahrzeuge. Ja, klar. Durch eingeschaltete Beleuchtung am Tage. Nein, Situation... ähm, Gefährdung nicht. Durch nicht angepasste Geschwindigkeit. Ja, und durch nicht angepasste Geschwindigkeit entstehen übrigens auch die meisten Unfälle. Was kann zum Abkommen von der Fahrbahn führen? Ablenkung. Unaufmerksamkeit. Müdigkeit. Das ist alles richtig. Womit müssen Sie rechnen? Also, wir haben einen Linienbus, der hat anscheinend kein Warnblinklicht an und er blinkt auch nicht links und er blinkt nicht rechts. Also, da ist ja fast mit allem zu rechnen. Okay, plötzlich rückwärts fahren wird er wahrscheinlich nicht, da die Rückfahrscheinwerfer nicht leuchten. Das sind die weißen Lichter hier und die leuchten nur dann, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Und das ist nicht der Fall. Personen überqueren vor dem Bus die Straße. Ja, klar. Personen rennen von links über die Straße, um den Bus zu erreichen. Das ist auch richtig. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Der Junge auf dem Fahrrad wird stehen bleiben. Der Junge auf dem Fahrrad wird auf dem Radweg weiterfahren. Also, wir rechnen immer mit dem Schlimmsten und deswegen kreuzen wir nur die letzte Antwortmöglichkeit an. Wie verhalten Sie sich? Kinder beobachten. Bremsbereit sein. Mit unveränderter Geschwindigkeit weiterfahren. Da kreuzen wir die ersten beiden Möglichkeiten an. Womit müssen Sie rechnen? Die Radfahrerin vor mir wird nach links abbiegen. Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Die Radfahrerin vor mir wird mich beim Weiterfahren nicht beeinträchtigen. Na gut, die fährt ja schon halb auf der Straße. Die Radfahrerin vor mir wird auf die andere Straßenseite fahren. Ja, also eins und drei auf jeden Fall. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Alle Kinder warten auf dem Gehweg. Einzelne Kinder kehren wieder um. Also da kreuzt du einfach immer das Schlimmste an. Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig. Wenn ein Ball auf die Straße rollt, dann musst du damit rechnen, dass auch gleich das Kind hinterherkommt. Mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren. Bremsbereit bleiben. Sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Ja, also du bremst auf jeden Fall runter und bleibst bremsbereit. Das bedeutet, du legst den linken Fuß vor die Kupplung und den rechten Fuß vor die Bremse. Damit du einen möglichst kurzen Anhalteweg hast. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor ihr Fahrzeug. Wie müssen sie reagieren? Bremsen. Nicht ausweichen, weil das Kind kommt von der anderen Seite gerannt. Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. Wie müssen sie sich verhalten? Langsamer fahren und bremsbereit sein. Ja, das kreuzen wir an. Nein, also die wollen nicht immer, wenn es um Kinder geht, dass du langsamer fährst und bremsbereit und Schrittgeschwindigkeit. Womit müssen sie hier rechnen? Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben. Ja, das ist richtig. Man sagt ja, man sieht den Wald voller Bäume nicht. Dass sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen. Dass ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird. Gegenkommende Fahrzeuge. Naja, gut. Würde ich jetzt auch mal ankreuzen. Weil wir sehr viele Lichtquellen haben. Und ich denke, dadurch kann es passieren, dass man auch den Abstand und Geschwindigkeit schlechter einschätzt. Und wenn es zum Beispiel vor dem Lichtkegel noch ein Motorrad fährt, dann noch ein kleineres Auto. Dann kann es sein, dass man es echt schlecht erkennen kann. Also alle Antwortmöglichkeiten hier sind richtig. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Ja, die Ampel ist grün. Du hast zwar ein Stoppschild, aber das Stoppschild ist ja, weil die Ampel in Betrieb ist, außer Kraft gesetzt. Da kann man auch noch mal schauen. Da gibt es auch andere Bilder. Okay, alle mit Stoppschild und die Ampel ist grün. Und deswegen fahren wir drüber. Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren. Genau. Die wird auch oft falsch angekreuzt, weil die Leute sehen hier das Stoppschild und die Haltelinie. Und dann gibt es halt diese zwei blöden Antworten. An der Haltlinie anhalten. An der Sichtlinie anhalten. Ja, und wenn die Ampel grün ist, dann musst du nicht anhalten, sondern kannst einfach drüber fahren. Welches Verhalten ist richtig? So, wir haben keine Verkehrszeichen. Rechts vor links. Erst darf der grüne fahren, dann wir und dann der rote. Ich muss den roten Pkw vorbeilassen. Nein. Ich lasse den grünen Pkw durchfahren. Ja. Ich biege vor dem grünen Pkw links ab. Nein. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir haben Vorfahrtgewehren. Das ist eine abknickende Vorfahrtstraße. Und dementsprechend lassen wir das Motorrad zuerst fahren und den von rechts natürlich auch. Ich darf vor dem blauen Pkw fahren. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Wir müssen das Motorrad durchfahren lassen. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen. Und wir müssen den blauen zuerst fahren lassen. Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Also der Bus steht anscheinend mit Warnblinklicht an einer Haltestelle. Das ist ein Schulbus zu erkennen an dieser Tafel und an dem Zeichen hier oben. Warnblinklicht. Alle vier Blinker blinken. Und mit Schrittgeschwindigkeit dürfen wir an dem Bus vorbeifahren, genauso wie entgegenkommende Fahrzeuge. Alle Fahrzeuge, die in gleicher Richtung fahren. Alle Fahrzeuge, die entgegenkommen. Was ist hier zu beachten? Also wir haben hier noch einen Seitenstreifen. Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren. Genau, zum Beispiel du mit deinem Mofa. Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden. Das ist die Fahrbahnbegrenzung. Und links davon auf der Fahrbahn wäre das halt natürlich sehr ungünstig. Die Fahrbahnbegrenzung darf in keinem Fall überfahren werden. Gut, und in keinem Fall ist ja nicht richtig, weil das könnte ich ja mit meinem Fahrrad oder Mofa da gar nicht drüber fahren oder drauf fahren. Welches Verhalten ist richtig? Ja, wir sind auf der Vorfahrtstraße. Wir haben Vorfahrt. Wir dürfen fahren. Ich darf als erster fahren. Ja. Ich muss den roten Pkw vorlassen. Nein. Ich muss die Straßenbahn vorlassen. Nein, die Straßenbahn muss sich genauso an Verkehrsregeln halten wie wir. Wir dürfen zuerst fahren. Welches Verhalten ist richtig? Wir sind auf der abknickenden Vorfahrtstraße. Wir müssen blinken und wir dürfen fahren. Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren. Nein, der blaue Pkw ist auf der, der dann Vorfahrt gewähren. Ich darf durchfahren. Ja, wir dürfen einfach fahren. Ich muss dem grünen Pkw Vorfahrt gewähren. Nein, einfach fahren. Wodurch erreichen Sie einen günstigen Kraftstoffverbrauch und geringen Schadstoffausstoß? Das hatten wir auch schon im letzten Video mit den Gängen. Durch volles Ausfahren aller Gänge. Also, dass du nicht alle Gänge voll durchdrehst, sondern möglichst früh hochschaltest. Durch eine ausgeglichene Fahrweise in niedrigen Drehzahlbereichen. Richtig. Durch richtigen Reifendruck. Das ist auch richtig. Bedenke, wenn du mit einem Fahrrad fährst, in dem wenig Luft im Reifen ist, musst du dich sehr stark anstrengen. Beim Auto genau das Gleiche. Und dadurch erhöht sich natürlich der Kraftstoffverbrauch. Was können Sie tun, um die Umwelt zu schonen? Ich vermeide Kurzstreckenfahrten. Richtig. Da verbraucht das Auto sehr viel Kraftstoff. Mehr als sonst. Ich vermeide Fahrten in überfüllte Innenstädte. Genau, weil da musst du immer wieder neu anfahren und es verbraucht am meisten Kraftstoff. Ich vermeide Fahrten mit Vollgas. Das ist auch richtig. Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Welches Verhalten ist richtig? Ein- oder aussteigende Fahrgäste dürfen nicht gefährdet werden. Natürlich nie. Ein- oder aussteigende Fahrgäste dürfen mit der Hupe gewarnt werden. Nein, das machen wir auch nicht. Ein- oder aussteigende Fahrgäste dürfen nicht behindert werden. Genau, die musst du genauso ein- und aussteigen lassen wie beim Bus auch. Warum müssen Sie hier besonders aufmerksam sein? Also erstmal haben wir hier eine unebene Fahrbahn, verschiedene Beläge. Da ist anscheinend eine Ausbesserung auf der Straße. Wir sehen nichts bedingt durch das Gebüsch hier. Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist. Genau. Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist. Unübersichtlich bedingt durch die Kurve und den Busch. Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte. Schneiden bedeutet, dass der Gegenverkehr einen Teil unserer Fahrspur mit einnimmt. Und das kann natürlich auch sein. Das ist alles drei richtig. Gut. Vor heute haben wir wieder 36 Fragen durchgenommen. Abonniert den Kanal. Denn es kommt jeden Tag um 17 Uhr bis zum 31. Dezember ein Video. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.